Zu dumm, dass wir keine Chips mehr haben. Genau so sind wir. Ein ganzes Land, Provinz. Sag mal, meinst du, der ist irgendwie Islamist oder so? Moment, oder? Und untenrum? Wie untenrum? Na ja, ich meine, was hat er hier untenrum an? Die Angst, verlieren wir es nicht wieder zurück zu bekommen. Nein, die Angst. Sofort raus, ich habe gar nichts gesagt. So, nur getroffene Hunde bellen. Ach du Scheiße. Mario, Linda. Ja, die Preise auch. Linda, du Hexe, was ist denn in euch gefahren? Ich habe die von Anfang an nicht gemacht.